Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda The Wind Waker auf dem großen weiten Meer. Ich habe den nächsten Fisch schon entdeckt, der ist da vorne. Irgendwo, da, spricht er gerade. Glaube ich. Irgendwo. War er doch gerade noch. Da ist er. Dann gehen wir gleich mal hin. Ähm, da. Jetzt hätte ich ihn fast nicht gesehen durch die Explosion. Hi du, na, wie geht's dir? Ich frage mich, ob es mal der gleiche Fisch ist, der nur so tut, als wäre er ein anderer. Island des Sternstaubs Irgendwo auf dieser Welt soll es mächtige Pfeile geben, mit denen du einfach alles einfrieren kannst. Mit diesen Pfeilen soll es sogar möglich sein, das grässliche Ungeheuer in der verwunschenen Bastion augenblicklich in Eiszapfen zu verwandeln. Warum man dann ein Ungeheuer einfrieren sollte, willst du wissen? Na, weil es, weil du es dann nur packen und kräftig irgendwo gegenschmeißen brauchst. Schon fällt es in tausend Splitter und du hast deine Ruhe. Das wärst du weit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Also, wir ignorieren diesen Rat einfach mal und machen uns weiter auf zur verwunschenen Bastion. Da waren wir schon. Der Vogel kriegt den Schmackes. Wir wissen ja alle, dass Pfeile effektiv auf fliegende Biester sind. Wir haben kein Futter mehr. Brauchen wir auch erstmal nicht. Ich nehme mal die Pfeile. Wo ist da? Aber wir müssen ja schon das Tor aufsprengen, oder? Ich hole mal die Bomben raus. Das würde mich zumindest nicht wundern. Ich wünschte, ich könnte mich da wieder mit einer Kanone reinschießen. Mag voll doof sein, ist aber sehr effektiv. Weil, ist dann zumindest drin. Muss ich dann nur nachmachen, wie man wieder rauskommt, aber das ist zweitrangig. So. Hier wird es ja wohl irgendwo einen Eingang geben. Ich würde hier durch einen Fan zerklattern, aber dafür bin ich leider zu faul. Ziemlich kacke, wenn man nur so lange davon witzkommt. Wo ist denn die da Eingang? Meine Güte. Ich rate, der ist unten. Da wird er sein. Ich kann auch schießen. Da geht's doch. Äh, wo ist das? Da ist das. Und schauen, wer wird drin. Meine Güte, das war einfach. Garnon weiß sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Aber du hast nun das Master-Schwert auf deiner Seite. Vernichte damit all deine Gegner. Befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Sag denen das. Hallo? Es ist so still hier. Kommen wir da jetzt eigentlich rüber? Alter, ist das still. Ach, der Weg ist wieder zu. Wie schön. Hi, du? Und du bist? Ah, du bist auf ne Partie Tennis hier. Alles klar. Auf einen guten Tennis-Gegner warte ich doch schon seit Okina of Time. Oh, von dem. Vor allem, ich finde, hier geht das Tennis viel einfacher. Hallo? Zo. Mi? Das ist jetzt dein Problem. Ah. Ah. Aha. Das ging aber fix. Das ist mein Schatz. Nur zur Info. Die dürfen wir gerne zukünftigen aufmachen. Es ist der Stahlhammer. Lege ihn auf Y, Z oder X und hämmer darauf los. Du kannst mit dem Objekt zerschlagen oder Hindernisse beseitigen. Das schlägst du auf den Boden. Kannst du sogar manchen Gegner kurzzeitig gefechtsunfähig machen. Guten Tag. Guten Tag. Tja, da bist du platt, wa? Lass mich raten. Damit können wir das hier platt machen? Dachte ich mir. So. Wie schön uns diese Scheinwerfer immer verfolgen. Zuckersüß. Okay. So, wo ist der Knast? Da ist noch ein Herzteil, das auf mich wartet. Der Knast hier? Das ist nicht der Knast. Oh, der ist auf der anderen Seite, oder? Ich glaube, da kommen wir aber nicht mehr rüber. Das ist aber extrem kacke. Äh. Kann man drängen? So, hier muss man irgendwie in den Knast kommen. Bestimmt ein Schalter irgendwo. Oder auch nicht. Upsala. Mist, ich wollte in den Knast. Kann ich die Tür selbst aufmachen? Nein. Ich dachte, da gäbe es einen Schalter. Ich werde hier. Ja, das ist jetzt aber doof. Da unten laufen Bomben mit... Ah. Ah. Hier, vielleicht eher auch. Ähm, hallo? Hm. Nimm nicht. Hier schon. Ah. Aha. 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 Weh, einer nimmt da jetzt die Kiste runter. Damit ich sauer. Tada. Sehr schön. So. Und da, ich muss... Aber ich kann mir gleich eigentlich eure, äh... Meins. Meins. Auf Wiedersehen. Au, warum ging es da gerade nicht weiter? Tschüss. Noch mehr von denen? So. Alter. Da ist gleich die Maus hinter mir noch plasch. Okay, wie will man sich nur verteidigen? Hat sich höchstens drucken. So. Autschi. Alter, wirfst du da mit deiner Fackel? Das würde... Ich würde gerne dazu sagen, wenn er weiß, dass du hier alles anzündest. Dann könntest du ja auch dein Gehalt permanent. Meins. Meins. Ne, da ist noch einer. Und... Meins. Bleh. So, was haben wir hier? Das Boot. Meins. Meins. Was ist mich los? So, was haben wir denn hier Schönes? Irgendwie ist es ganz witzig, mal wieder hier zu sein. Hier war nur der Ein oder der Vier. Jetzt, Lu. Er will jetzt wieder was. Alter, hab ich gerade das kaputt geschmissen? Ähm. Hi, du. Nee, mach ein bisschen mehr. Tschüss. Wollte ich damit treffen? Nein. Er steht da wieder, als wenn nichts passiert wäre. Oh. Oh. Pff. Voll in den Hintern. Na ja, heben wir uns. Halten wir später auf. So, was haben wir hier im Schuss? Das ist so. Gehen wir mal da hoch und sagen mal Hallo. Guten Tag. Okay. So. Das war das. Ich wollte eigentlich mit dem Deku- Mit dem Deku- Mit dem Deku- Mit dem Deku-Blatt springen. Ich hab's voll verpennt. I'm sorry. Ich will den ganzen Weg nochmal gehen. So. Da können wir wenigstens leicht reingehen. Was habt ihr denn? Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ja, kriegt euch gegenseitig. Be my guest. So, wie ist wieder der unheimliche Schatten? Da rollen wir uns dann einfach durch. Gut Dank. Ich muss mal durch. Und Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nö. Hi, du. Was war hier eigentlich? Ah, hier sind wir. Wasserstraße. Hi, du. Heiße Augen. Deine Augen sind echt laser, man. So, auf dem Weg geht's ja wieder zurück. Oh, das ist ja die Höhe, die wir brauchen. Ach, die Karte ist ja hier. Ah, ich will mich hier nie zurecht. Ich glaube, wir müssen da rüber. Ob das gut geht. Hallo. Muss immer durch, danke. Danke. Oh wow, hier ist gerade keine, ähm, Leiter. Ich glaube, da wäre eine Leiter. Aber egal. Es soll nicht mein Problem sein. Warum verirre ich mich hier eigentlich immer andauernd? Nein, ich, 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 ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin auf einem optionalen Weg. Nee, ich habe mich nicht einfach. Das ist so. Äh. So. Hi, du. Du hast da was, was ich denn hätte. Klar. Ich brenne in der Hölle, mir egal. So. Hi, Große. Dankeschön. Das sieht verdammt nochmal richtig aus hier. Also dafür, dass das Gannons Hort des Bösen sein soll, ist hier rechtlich wenig los. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe. Zählt auch für dich. Und für dich. Ganz besonders für dich. Die laufen mal da Wand entlang. Wasserstraße. Na so. Ich muss da durch. Mal gucken, was passiert, wenn der, der, der Leuchtstrahler uns jetzt zieht. Hi, ich bin hier. Ich hoffe, die sind schlecht im Ziel. Oh, das ist hier getroffen, was wir hier doch sind. Wo schießen die? Hoffentlich geht das gut. Oh, das war knapp. Ist der da? Krieg ich den von hier? Natürlich nicht. Müsst du da ganz wieder runter. Glaubt ihr, da hab ich Bock drauf? Ich schaff das. Oder auch nicht. Alter, da wird jemand verbluten. Ich mit denen fertig bin. Ich wusste endlich, wo ich war. Und dann kommt die und Ballon einen weg. Den ganzen Weg nochmal. Vielen Dank. Ich hasse euch auch. Oh, nächster bitte. Dauer. Vielleicht reicht's ja schon, wenn wir einen von denen kaputt machen. Ah, ich hatte so gehofft, dass wir uns das diesmal schenken können. Aber nein, wir müssen da wieder hin und die kaputt machen. Hey, du, du gehst mir ganz schön auf die Nerven. Würdest du bitte sterben? Das ist möglich, schnell. Vielen herzlichen Dank. So. Der nächste, der nächste ist. Das ist der letzte da vorne. Frage ist, wie kommen wir da hin? Ganz einfach, so. Oh, der wird so ungünstig. Keine Sorgen, Junge, ich komme gleich zu dir. Ich bin schon unterwegs. So, du bist ja nächst auf meiner Liste. Ich bin schon unterwegs. Der Puste Kuchen war mit. Schaffen wir das bis dahin? Würde ich mir so unsere Magie angucken, vielleicht. Aber es reicht auch nicht. Da lang zu segeln. So, gab's da nicht einen Hochweg? Ich hoffe ja. Oh, ihr habt eure Talia wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Autsch. Ja, den habe ich mir verdient. So. Auf ein neues. Hi, du. Gibt's mir was Schönes? Nein, nur vielleicht. Oder du. Oh, Maki, danke schön. Und ein Herz. Noch mein Herz. Weiter. Und jetzt kann man hier seine Vorräte wieder auffüllen. Waren das alle? Oh, der hat ein bisschen mehr, der ist ja schon. Oh, noch ein Teil. Alter, ich will dir meine Vorräte auffüllen. Tschüss. Jetzt geht's ums viel besser. Tschüss. Habt ihr einen tschüsslich verstanden, hm? Nein, okay. So geht's viel. So lässt es sich doch ein bisschen besser rennen. Hi. Bye. Sind die nervig. So. Irgendeiner da. Ähm. Hi. Aber ist aber weniger geil. Alter, wehe. 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 Alter, wie. Die gehen halt echt auf die Nerven. Dankeschön. So. Das hätten wir auch geschafft. Oh, so simpel diesmal. So, und bevor wir unsere Schwesterchen retten gehen, würde ich sagen, beende ich die Folge mal an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wieder mal, tschaui. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Och bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.